Ich leide seit ca. einem Jahr unter chronischer emotionaler Gastritis, Magenschmerz und Übelkeit ohne organischen Befund. Ich bin sehr selbstreflektiert, habe viel gelesen und auch selbst schon viel versucht bzw. bewirkt, um meinen Lebensstil positiv zu verändern. Als mögliche Ursache sehe ich einen sehr lange anhaltenden, starken Liebeskummer, durch Verlustangst ausgelöst und von dem Gefühl begleitet, nicht loslassen zu können. Könnte das deiner Meinung nach die zugrunde liegende Ursache sein? Und wenn ja, wie würdest du vorgehen oder was würdest du mir raten, wie kann man lernen, einen Menschen loszulassen? Grundsätzlich steht natürlich erstmal die Frage im Raum, inwiefern kann ein Prozess auf mentaler Ebene, auf der organischen Ebene eine Wechselwirkung bedingen. Im Grunde genommen geht das jetzt stark in den Bereich der psychosomatischen Beschwerden. Und viele Betroffene, aber auch viele im therapeutischen System betrachten psychosomatische Prozesse als etwas eher Unerklärbares. Und das ist halt einfach so, so nach dem Motto, das macht halt dein Kopf. Wir haben ein Schmerzgedächtnis, dein Kopf ist halt darauf trainiert. Das ist vielleicht teilweise auch so eine sehr starke Symbolcharakteristik. Magenschmerzen in deiner Situation, dir schlägt das auf den Magen, das ist ja typischerweise Liebeskummer. Liebeskummer, das ist schwierig. Also man kann schon Symptome erzeugen durch entsprechende mentale Ereignisse, aber welche genau das sind, das lässt sich eigentlich nicht so gut vorhersagen. Auf der anderen Seite aber schon so ein bisschen prognostizieren, weil unser Körper kann halt gar nicht so viele Symptome machen. Dadurch kann man schon meistens auch ungefähr in die Richtung deuten, was würde jemand, der ständig unter Druck steht, für Symptome erleben. Ein Beispiel, um es nochmal kurz mit einzubinden, wenn wir auf der mentalen Ebene, was ja unsere Realität darstellt, also alles, was wir um uns herum erleben, ist ja eigentlich nur eine mit unseren Sinneskanälen wahrgenommene Umwelt, die hier drin zur Realität verarbeitet wird. Und am Ende ist es eigentlich egal, ob da wirklich etwas passiert oder nur drüber nachdenkst. Es ist, auch wenn du nur drüber nachdenkst, deine Realität. Und unser Denken ist in der Regel automatisch dramatisch gelagert. Wir erleben also viele sehr negativen Dinge auf der mentalen, also Denkebene. Und darauf reagieren wir unter anderem, weil unser Körper auch gar nicht viel anderes machen kann, mit einer verstärkten Ausschüttung von Stresshormonen. Einfach aus dem Überlebensvorteil heraus, dass wir damit oder beziehungsweise unsere Vorfahren einfach besser flüchten und kämpfen konnten und damit das Überleben mehr oder weniger gesichert hatten. Wenn wir diesen Prozess uns jetzt näher anschauen, dann sehen wir eigentlich ein relativ banales Zusammenkommen von ausgestützten Stresshormonen, Katecholamin, die an verschiedenen Punkten im Körper wirken. Zum Beispiel den Herzschlag beschleunigen, die Gefäße leicht spasmieren lassen, die ziehen sich leicht zusammen. Wir haben eine Vasokonstriktion und darüber haben wir eine leichte Blutdruckerhöhung und so weiter und so fort. Da kennt ihr so aus dem Bereich Ängste und Panik, wenn ihr euch da meine Videos anschaut. Jetzt wird es aber wichtig, dass wir in dem Zusammenhang Hormone haben, die die Blutdruckerhöhung begünstigen sollen, die gleichzeitig aber auch zu einer erhöhten Magensäureausschüttung führen können. Unter anderem und sich darüber dann genau diese beschriebenen Symptome vom Zuschauer ergeben können. Wichtig ist daher, wenn wir uns eine solche Situation anschauen, dass wir dann sagen, okay, du hast körperliche Beschwerden, die werden jetzt erstmal körperlich diagnostiziert. Wir stecken dir mal einen Schlauch, einmal rein, gucken uns den Magen einmal an und wenn wir sehen, wir sehen da so eine stressbedingte Magengeschwür-Situation oder gerötete Magenwand oder was auch immer. Es gibt natürlich noch so andere Sachen, so Ernährung, Wassertrinken, Rauchen ist ein ganz starker Antreiber in dem Bereich. Nur, so, sehen wir jetzt auch, nee, also ist eigentlich nicht so schlimm, aber wir verstehen ihre Beschwerden, alles klar. Dann sollte eigentlich die nächste Frage lauten, ganz banal, wie zufrieden bist du in deinem Leben? Und natürlich können die Leute dann schön was erzählen, naja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm und ja, die Heike, die ist jetzt seit sechs Jahren auch weg oder so, aber naja, irgendwie so. Du kannst halt letztlich dein Gegenüber belügen, aber nicht dich selbst. Und wenn wir hier sehen, da ist jemand, der seit sechs Jahren im starken Liebeskummer hängt, dann ist das eine Inhaltsebene auf der mentalen Ebene, die mit Sicherheit als Kandidat im Raum steht, genau diese Beschwerden zu verursachen. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel hingehen und eine solche Situation, wie hier vom Zuschauer, mal über diese vier Fragen laufen lassen, auch du in deiner Situation als Zuschauer letztlich. Frage Nummer eins, wie oft bist du mit deiner Aufmerksamkeit bei negativen Inhalten? Oder, bezogen auf den Zuschauer, lieber PG, wie oft bist du mit deiner Aufmerksamkeit auf dem Liebeskummer? Und der Zuschauer, ja. So, dann haben wir schon eine Erklärung, ist das körperlich oder ist das mental? Frage zwei, wie oft erlebst du Vorfreude? Wie oft erlebst du Freude bei den Dingen, die du machst? Wie oft arbeitest du auf Ereignisse hin, die Freude in dein Leben tragen sollen? Und über diese Landschaft sehen wir ganz oft, okay, wir haben eine relativ charakteristische Lebensführung, die genau mit dieser Beschwerdesymptomatik einhergeht, mit dem psychosomatischen Ergebnis, was über den Zwischenschritt modelliert wird. Belastungen, erhöhte Ausschüttung von Stresshormonen, Magensäureausschüttung, Magengeschwür. In diesem Format können wir das einmal tatsächlich so betrachten. Deshalb eine Empfehlung von mir. Schaut euch mal das Video an. Können Verdauungsbeschwerden, wie zum Beispiel auch Durchfall, nachher von der Psyche kommen? So sieht das passende Video dafür aus. Durchfall und Verdauungsbeschwerden durch Stress. Ihr könnt es in meinem Kanal einfach auch suchen. Im Telegram-Kanal verlinke ich das für den heutigen Livestream einfach auch nochmal mit dabei. Dann könnt ihr euch das direkt nochmal anklicken. Da erzähle ich im Prinzip das Gleiche wie eben, nur noch ein bisschen differenzierter. Und dann würde ich erstmal sagen, klar, kann auf jeden Fall daher kommen. Wie kannst du lernen, jetzt von einem solchen Menschen, von einem solchen Gefühl, Thema Liebeskummer loszulassen? Das ist natürlich zum einen erstmal eine komplexere Herausforderung, weil ich weiß noch nichts über dich, ich weiß nichts über deine Strategien. Der Zuschauer hat geschrieben, ich habe schon viel gelesen, viel reflektiert, viel versucht. Lebensstil positiv verändert in Bezug auf die Gesamtsituation. Letztlich funktioniert ja unser Kopf ziemlich banal. Unser Kopf will immer Informationen verarbeiten. Kriegt er keine neuen, nimmt er die Bestehenden. Bei den Bestehenden zuerst das, was am relevantesten ist. Und relevant ist, was zuletzt am häufigsten da war oder auch emotional am stärksten gewirkt hat. Und jetzt sehen wir einen Menschen, wo seit sechs Jahren die wahrscheinlich einzige Relevanz im Kopf dieses Liebeskummer-Thema ist. Das Allerwichtigste wäre also im Moment, die ständig ablaufende Instandhaltung zu stören. Und da gibt es zwei Videos zu, die ihr euch in Ruhe mal anschauen könnt. Die sind an das Allerwichtigste Video angelehnt und in diesem ultimativen Grundlagenkurs mit drin, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ihr könnt euch die Videos aber auch selber nochmal anschauen. Isoliert, das wäre einmal das Thema Instandhaltung stören. Das ist dieses hier, das verlinke ich auch mal gerade in dem Telegram-Kanal. Und Instandhaltung stören ist dann quasi so ein bisschen dieses Hinweiskonstrukt auf ein anderes Modell, ein wichtigeres Modell aus dem Bereich chronische Zustände überwinden. Das blende ich euch auch mal ein, verlinke es dann auch entsprechend mit dabei. Stopp dein Gehirn. Und das kannst du, was dort drin gezeigt wird, im Prinzip genauso auch auf das Thema, so sieht es übrigens in dem Telegram-Kanal dann gerade aus, so kannst du chronische Zustände stoppen, überwinden, auch mit Blick auf den Liebeskummer. Und das wären gerade die Basics, wo ihr für euch mit den Klassikern eigentlich zu tun habt. Also da kommt der Widerstand hoch, ich habe keinen Bock darauf, das zu machen, etc. Lasst euch davon nicht unterkriegen, schaut euch diese Videos in Ruhe an, also diese ultimative Grundlagenkiste. Ich empfehle sie euch so oft, ihr könnt euch die kostenfrei runterladen anschauen. Stellt eure Fragen in die Videos, fangt an, euch mit den Widerständen auseinanderzusetzen. Versucht dort im Prinzip am Ball zu bleiben und dann werdet ihr auch gut vorankommen. Also bleibt am Ball.